Musik Wir haben im Laufe des Nachmittags ca. 170 Personen festgesetzt. Diese Personen werden jetzt polizeilich... Musik Das war ganz schlimm und gefährlich auch für alle, weil die haben alles weggeworfen. Musik Wir haben die Stühle weggeworfen auf die Polizistinnen und wir haben versucht, dass wir alle sofort aufräumen und sowas, dass die nicht mehr wegwerfen können. Musik Die Veranstaltung an sich war von uns perfekt. Die Veranstaltung war von der Polizei bereits unter Beobachtung, weil es bei vergleichbaren Veranstaltungen im Bundesgebiet bereits Störungen gegeben hat. Die Störungen in dieser Intensität und in diesem Ausmaß, wie wir das hier heute dann aber gesehen haben, das war für uns so nicht absehbar. Musik 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 Musik